Seit dem 10. März ist ein Stück amerikanischer Kultur in der Landeshauptstadt zu finden. Der Trampolinpark Easy Jump hat in der Mecklenburgstraße einen Candy Shop eröffnet. Hier wird Besuchern die Möglichkeit gegeben, in der Innenstadt neben köstlichen Süßigkeiten auch Tickets und Fanartikel zu kaufen. Die Motivation der Betreiber ist es, die Kundinnen und Kunden ihr inneres Kind wieder entdecken zu lassen. Der bunt gestaltete Laden bietet Süßigkeiten, soweit das Auge reicht. Neben zahlreichen Gummitieren und eiskalten Slushies befinden sich auch typisch amerikanische Marken im Sortiment. Der Candy Shop hat von 10.30 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten werden in der Zukunft eventuell noch angepasst.